Herr Jordan, die Schweizerische Nationalbank erhebt ab dem 22. Januar 2015 Negativzinsen auf Frankenguthaben. Was genau hat Sie zu diesem Schritt bewogen, eine Woche nach der letzten S&B-Lagebeurteilung? Die Situation auf dem Finanzmarkt hat sich dramatisch geändert. Wir hatten die Krise in Russland. Die hat dazu geführt, dass wir einen sehr grossen Druck auf die Frankreich hatten. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass es das richtige Instrument ist, in diesem Zeitpunkt zum Einsetzen, zum Unterstützen des Mindestkurses. Bedeutet es, dass Sie zuletzt massiv am Devisenmarkt intervenieren mussten? Wir mussten in den letzten Tagen intervenieren. Wir haben den Mindestkurs durchgesetzt. Und das ist jetzt auch ein Grund, dass wir negative Zinsen eingeführt haben, um den Mindestkurs zu unterstützen. Marktkreise zeigen sich aber skeptisch, dass mit dieser Massnahme die Franken stärker ein Ende hat. Können Sie das nachvollziehen? Die Verzinsung in Franken war eben höher als die in Euro. Die Europäische Zentralbank hat vor längerer Zeit bereits negative Zinsen eingeführt. Und das hat dazu geführt, dass wir noch mehr Zustrom von Geldern in die Schweiz hatten. Mit der Einführung von Negativzinsen wird jetzt die Attraktivität von Franken, die Attraktivität von aller AG Franken, noch einmal reduziert. Und das sollte nachher der Mindestkurs unterstützen. Wie sollen sich denn inländische Banken jetzt verhalten? Also jede Bank muss sich jetzt überlegen, wie sie auf das reagiert. Wir gehen davon aus, dass sie natürlich insbesondere den grossen Kunden, die, die sehr viel Geld bei ihnen deponiert haben, entsprechend auch die Kosten der Liquiditätshaltung weiterverrechnen. Was passiert, wenn die EZB wie angekündigt ihre Geldpolitik weiter lockert? Wird dann der Druck auf den Franken nicht erneut zunehmen? Also ich kann nicht Geldpolitik von einer anderen Zentralbank kommentieren. Wir beobachten natürlich die Situation. Für uns bleibt der Mindestkurs absolut zentral. Er garantiert, dass wir adäquate monetäre Bedingungen in der Schweiz haben, um über Preisstabilität aufrechtzuerhalten. Wird durch diesen Negativzins nicht der Hypothekenmarkt weiter angeheizt? Die Hypothekenzinsen sind schon sehr, sehr tief. Wir gehen nicht davon aus, dass jetzt diese Massnahmen einen grossen Einfluss hat, insbesondere auf das Volumen an Hypothekarkredit. Aber wir empfehlen den Banken immer wieder, dass sie sehr vorsichtig sein müssen bei der Vergabe von Hypotheken. Gibt es noch weitere Massnahmen, um den Mindestkurs weiter zu verteidigen? Also wir schliessen keine Massnahmen aus, die hilfreich sein können. Wir haben insbesondere auch ganz klar gesagt, dass eine weitere Senkung des Zinssatzes nicht ausgeschlossen ist. Oder natürlich auch eine Einschränkung des Freibetrags gegenüber den Banken. Was genau muss passieren, damit diese vorerst auf unbestimmte Zeit angelegte Massnahme wieder aufgehoben wird? Also diese Massnahme gilt, weil sie wichtig ist, um adäquate monetäre Bedingungen sicherzustellen. Es muss sich das ganze Makromfeld verändern und Preisaussichten müssen sich deutlich verändern, sodass eine Anpassung der Geldpolitik in eine andere Richtung notwendig wäre. Das ist auf absehbare Zeit nicht der Fall. Letzte Frage. Sind Sie mit der ersten Reaktion am Markt zufrieden? Die Marktreaktion war genau so, wie wir erwartet haben. Es ist allerdings jetzt noch zu früh eine Beurteilung, eine definitive Beurteilung zu machen. Es ist auch wichtig, dass die Anleger das Instrument oder die Auswirkung von diesem Instrument zuerst müssen verstehen. Und erst dann kann man richtig beurteilen, wie die Wirkung von diesem Instrument ist gesehen.